Ja, du kannst es schaffen! Ich weiß, dass du es kannst! Oje, oje, du scheinst sehr gern zu träumen, nicht wahr? Mein Apparat ist in der Lage, ein Pokémon wie Reshiram zu kontrollieren. Wie kommt dein Pikachu darauf, ihn widerstehen zu können? Das ist unmöglich! Kein Pokémon kann den Wellen widerstehen! Achi! Oh, Reshiram, ich höre seine Stimme. Reshirams Bewusstsein ist zum Glück wieder zurückgekehrt. Aber ich spüre großen Schmerz. Reshiram auch? Oh nein! Es versucht mit Pikachus Donnerblitz der Kontrolle des Apparats zu entkommen. Dr. Akromas, was hat dies alles zu bedeuten? Erhöhen Sie die Leistung! Sie müssen die Kontrolle über Pikachu erlangen! Nicht aufgeben, Pikachu! Du musst stark bleiben, hörst du? Mi-ka-chi! Nein, das kann doch nicht sein! Pikachu sollte unter unserer Kontrolle stehen. Pikachu, kannst du mich hören? Mi-ka-chi! Zerstöre diesen Apparat! Pikachu, Elektroball! Jetzt mach schon! Mi-ka-chi! 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 Ja, gut gemacht! Was ist los? Mobi-Tess! Die Pokémon! Der Knirps hat es geschafft! Pikachu ist einfach unglaublich! Vergesst nicht, Teamwork hat das Rennen gemacht! Heißt das etwa, wir haben gewonnen? Pikachu hat es wirklich geschafft! Eine exquisite Kostprobe! Ich, ich kann es nicht glauben! Das kann nicht wahr sein! Nein, unmöglich! Ich schätze, dass Sie das wohl nie verstehen dürften! Hä? Nichts ist stärker als das Vertrauen zwischen Ash und seinen Pokémon! Aber meine Theorien sind unanfechtbar! Und deshalb kann und werde ich nicht aufgehen! Eka! Und was jetzt? Die Stimme! Erbittert und voller Zorn! Ja? Unglaublich! Reshiram hat jetzt noch mehr Kraft als zu dem Zeitpunkt, als wir es kontrolliert haben! Wie ist denn das nur möglich? Eka! Eka! Reshiram, bitte kontrolliere deinen Zorn! Reshiram, du musst uns zuhören! Wir sind nicht deine Feinde! Menschen und Pokémon können in Frieden miteinander leben! Begewege! Du müsstest doch unsere Gefühle kennen! Wie gern wir dich haben und wie tief du in unseren Herzen bist! Dieses Gefühl für dich wird für immer bleiben! Reshiram, das werde ich nicht akzeptieren! Meister Gitzel! Wir müssen uns zurückziehen! Nein, lasst sie nicht entkommen! Los, Ravigator! Steinkante! Ravigator! Schnell, Kastelit! Steinhagel! Kastelit! Ja! Dragoran! All Strah, los! Super gemacht, Dragoran! Gute Zusammenarbeit! Drabi! Untertitelung des ZDF, 2020